Ja, Skaten und Willkommen zu Let's Play You Have to Burn the Rope. Ja, das ist unser Protagonist und ja, wir sind hier in irgendeinem Tunnel, wo wir wahrscheinlich nicht entkommen können. Ja, wir haben, was wir hier extra. Ja, waaah, ja, there is a boss at the end of the tunnel, of this tunnel. Ja, da ist ein Boss am Ende des Tunnels. Also, you can't hurt them with your weapons. Ja, mit diesen Echsen können wir ihn nicht verletzen. To kill him, you have to burn the rope above. Ja, wir müssen die, also das Teil über ihm brennen, verbrennen. Ja, have fun. Ja, dann gibt es hier noch so ein cooles Feature. Rechtsklick. Also, you can't hurt them with, also you can't really die, meine ich. Ja, das finde ich auch ganz cool gemacht. Ja, dann lasst uns mal den Boss beschreiten. Ja, da ist er, ja, der Grinning Kolossus. Er kann irgendwelche Kugeln schießen. Ja, und wie schon gesagt, wir können nicht mit unseren Waffen töten. Ja, dann nehmen wir uns einfach diese Fackel hier. Versuchen, da rüber zu springen. Ja, so. Ja. Sind jetzt über ihm. Suchen das Seil. Aber, ist das gemeint? Ich glaube nicht. Ja, ich herzlich dir, ja, wir zintern. Wir lassen uns nochmal schön treffen. Ja, und da ist er getroffen. Da geht er da und... Ja, und jetzt sind wir hier in diesem Raum gefangen, da die Tür verschlossen ist. Für immer gefangen. You have to burn the rope. Thank you for playing. You have to burn the rope and say that you don't have to burn the rope. Congratulations. You managed to kill that boss. You see, the Grinning Kolossus. You're the hero we all wish we could be. You made it through the tunnel. Then you grab that fire on the wall. You jumped up above him. Then you burn the rope and say that's all. You burn the rope and say that's all. You burn the rope and say that's all. Now you're a hero. Now you're a hero. You managed to beat the whole damn game. We're happy you made it. But how are you gonna spend the rest of this day? Maybe watch a video. Maybe press refresh and start again. Now you're a hero. You managed to beat the whole damn game. We're happy you made it. But how are you gonna spend the rest of this day? Maybe watch a video. Maybe press refresh and start again. Yes, it's over now. We didn't want to make a long game. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, das war's. Game over. Bis zum nächsten Mal. Euer Stargamer 2009. BAM!